mal gucken ob das gut geht aber leider ist das glaube ich nicht weil ich von dem viel brauche das ist zwar neu aber geil oder heute mal wo ich vielleicht doch wird von dem ein paar sachen von dem kaputt machen ich habe jetzt gar nicht gesagt dass ich bereit bin ja wohl schon sagen wir jetzt einfach statt ich habe einen fehler gemacht ich habe elektronik ausgerüstet jetzt habe ich selber dadurch geil oder so dicker leck warum wir müssen natürlich sehen hier mit berlin kaputt erst im zaun habe ich nicht gesehen ich komme mir glaube ich nicht raus ich kann jetzt hätte ich da kein daniel ich weiß haben geschockt nicht geschockt aber ich habe seine kugel zurück geschleudert hat mich die kippe runtergehauen ich hätte keine chance auszuweichen hätte ich zurück gewollt wäre ich auch untergefallen weil ich vielleicht hätte machen soll dann hätte ich keinen schaden genommen das war ein paar von den dingern kaputt man kommen wir vor weg macht gerade neuer so war alleine da bei mir wo ich besser gehen hatte ich ein labyrinth durchlaufen bis ich ankommen ich habe keine waffe gezogen hat packt ich kann das nicht hat hier so eine schweizplatte wieder eingesammelt habe ich kann verhärer kommt sogar nicht durch irgendwie macht das spaß kann hat ja irgendwie schon ich habe schon geschießt ich bin auch ausgebüßt der entfernung kann ich das nicht dass wir sie haben gewesen ist gar keinen platz zum kämpfen ich habe mich mal hinter dem bauch versteckt ich bin tot er liegt zu meinen füßen ja selbst ein schlager ja du bist du dann klatsch ich mich da ich bin eben hier wird ganz geguckt werde ich angreifen muss aber blut haut ich nehme an der finger wenn er den töten er macht nur diese schwarze angriff irgendwie das machen die viecher ständig ich sehe bei den nur ausrufezeichen im kopf immer bei uns machen das ständig da er macht er bis jetzt nur hat er macht ja nur distanzangriffe wenn er seine form erreicht hat dann spuckt der feuer und so eine scheiße ich habe jetzt gestern gegen so ein schwächeres davon gekämpft ja wenn ich meine akzeption relativ volle möhre gegen mich gebrochen ja ich bin wo ich in meinem leben sehr gut da wäre ich nur das macht dann irgendwie probleme irgendwie komme ich nicht klar mit dem fisch ich mich trifft der frau mehr ich muss auch nicht mit dem ja ich weiß ich muss nicht mit dem in den nahe kampf deshalb ist das vorher gibt es jetzt nicht ich versuche ich versuche gar nicht mehr den abzubrechen also versuche einfach auszuweichen jetzt schießt da pass auf sterb baum stirbt ja natürlich maximal konzentration er in dem kampf ich bin noch ausgewickeln dort kann ich nicht bin hundert prozent ausgewichen okay ich bin raus war aber zu wollen wir wollen wie den meister ausgewickeln ja natürlich trifft mich da ich mag den kampf nicht dann wird es ein paar sachen von dem bekommen ja jetzt ein bisschen später ja jetzt geht schon wieder los irgendwie wird alles erwartet was jetzt irgendwie erwartet dass der irgendwie eine besserung hat also dass ich doch jetzt mal aufstehen der ist wie so ein aggressiver weise mann der gerne sex haben will mit einer frau nein daneben danke danke als maul sehr gut irgendwann abgab aber wie das die mini nicht explodiert aber jetzt bin ich den mann auf mich zuletzt komm da kommt ja nein meine axt wüsste keine ahnung ich hab meine axt verloren da ist er über die mine drüber gekommen ohne die auszulösen ganz ehrlich dann locken wir den da rein genauso blut hervorragend ja 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 wenn wir echt getötet d d ja 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 wir sind hat fünf wie ich dann löwe die das in greift ich dachte das wäre mehr so ein stein hier kann ich ausweichen was ja er tut doch deine ausdauer behindern oder so wenn ihr davon getroffen wird und dann wenn ihr keine ausdauer ist kannst auch gott dachte mir das wäre so ein felsenvieh oder so hat denn jetzt ein geweiht ja glaubt ihr hat eine geschlecht umwandlung was zum teufel ich habe ja da sind die ranken er ist doch ein rüstiger faktor ist das sich dann ich komme nicht zu hin okay das macht er irgendwie in zeitlupe diesen sprung kann sein ja er pflegt die unendliche geschichte schließt auf den er hat doch diesen wirbelsturm das war eine menge schaden ja zweimal tausend so ich weiß nicht wie man damit wird verletzen soll musste ich meine die scharfen spitzen sind innerhalb der klinge wie willst du das bein von dem fieder reinkriegen also ich stelle mir vor dass wie so eine käse urbe tue ich einfach so über die hauze klingen gehen so auseinander und dann so wie eine schere ja noch etwas geliebner weichkäse ich habe noch drei trinkbäckchen schon wieder auf dir gelandet naja okay irgendwie ist irgendwie macht gar nichts doch das schießt war kein schaden davon wird doch kein schaden der der schieß damit mit dem scheiß das ist ein langer aber oh gott das habe ich nicht gesehen gar nichts der war ja natürlich neue mission ja ich würde sagen wir machen erstmal den ein